So, ich habe es gerade in der Story schon erwähnt. Ich möchte mit euch Bestellungen auspacken. Heute mal hier auf Instagram. Eigentlich bin ich ja mit sowas immer auf YouTube unterwegs. Vielleicht lade ich es dort aber auch hoch. Ich werde spontan entscheiden. Ich hoffe, dass das Ganze hier funktioniert. Die Kleinen sind zu Hause und man sieht, ich sitze wieder vor unserer Esszimmerwand, damit ich ein bisschen höher und im Blick habe, was die machen. Also es kann sein, dass es hin und wieder ein bisschen lauter ist. Einfach ignorieren, sofern es möglich ist. Genau, ich möchte auch gar nicht lang rumreden. Ich habe drei Sensi-Pakete hier, die möchte ich mit euch aufmachen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist für den einen oder anderen noch eine Geschenkidee dabei. Ihr habt garantierte Lieferung vor Weihnachten, wenn ihr bis 14.12. bestellt. Mein persönlicher Tipp, ich habe es aber gerade auch schon in der Story erzählt, wartet nicht so lang. Gerade wenn ihr was für euch braucht, also wenn ihr Geschenke braucht, dann habt ihr wie gesagt diese Garantie. Aber ich hatte jetzt auch den Fall, dass jemand zum Beispiel Weihnachtstüfte bestellen möchte und dann denke ich mir, okay, bestellt sie jetzt. Denn man möchte ja nicht nur diese drei Weihnachtstage oder die Feiertage in den Weihnachtstuft, also so geht es mir, sondern man möchte auch diese Zeit auch genießen. Und ja, je schneller ihr jetzt einfach bestellt, umso mehr habt ihr natürlich auch von euren Düften, von euren Produkten. Und wir haben aktuell wieder relativ lange Lieferzeiten, muss ich sagen. Das liegt natürlich daran, dass wir einfach in der Hauptsaison sind. Es wird jetzt wieder so viel bestellt. Unser Lager arbeitet da wirklich super, aber die brauchen jetzt natürlich auch einfach bei diesen Massen wieder ein bisschen länger. Genau. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und wir gucken einfach mal. Ich warte aktuell wirklich auf viele Bestellungen. Habe ich ja gerade gesagt, wir haben eine relativ lange Lieferzeit. Deswegen ist es jetzt wieder so ein Überraschungsmoment. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Und wir schauen einfach zusammen. Jetzt hätte ich fast einen Barm davon geworfen. Und zwar Totally Mini. Und deswegen weiß ich auch schon, was das hier ist. Das ist eine Bestellung aus den Donnerstagsangeboten gewesen. Für alle, die das nicht kennen, was sind die Donnerstagsangebote, die findet ihr auf meiner Webseite unter der Rubrik Sonderangebote. Und die gelten immer von Donnerstag bis zum nächsten, bis zum darauf folgenden Dienstag oder auch nur solange der Vorrat reicht. Wir hatten schon Artikel, die waren schneller ausverkauft. Und das sind Katalogprodukte, die sind um 30 bis 50 Prozent reduziert. Und das schlage ich hin und wieder auch gern mal selber zu. Denn ihr wisst ja, ich liebe diese Sensi-Produkte. Und die habe ich zum Beispiel für meine Mädels bestellt. Meine Kinder haben in ihren Zimmern Duftventilatoren. Sie haben Duftlampen. Und sie haben Sensi-Buddies. Und da brauchen wir natürlich auch immer Duftnachschub. Ähm, genau. Deswegen, ich glaube, die habe ich... Oh, da habe ich noch was anderes. Also, Moment. Ich habe hier viermal Totally Mini. Der war echt günstig. Ich glaube, 5 Euro, 4 Euro irgendwas. Normalerweise kosten die Disney-Düfte 9,25 Euro. Der duftet schon durch die Packung durch. Also, ich sage es immer wieder, ich liebe fruchtige und süße Düfte. Und diesen Duft kann ich euch absolut empfehlen. Nicht nur für Mädchen. Also, ich würde ihn mir auch... Ich glaube, ich habe mir bei diesen Donnerstags eingeboden. Diese Woche. Die sind auch noch aktuell. Da gibt es die Sandpacks dazu. Und die habe ich mir mitbestellt. Denn ich liebe die Sandpacks im Auto. Also, ich finde einfach, das ist mit der beste Autoduft. Unsere Duftsäckchen kann ich euch auch nur empfehlen. Jetzt kommen die Lautstärke, von der ich gesprochen habe. Also, machen wir schnell weiter. Wir haben hier einmal Apricot Vanilla als Kaba, also auch ein Autoduft. Und Amazon Rain als Sandpacks. Also, das, was ich euch gerade erzählt habe, die Duftsäckchen. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr einen guten, langen, haltenden Autoduft sucht. Ich bin absoluter Fan davon. Und dann haben wir hier noch eine Lampe. Die war auch in den Donnerstags angeboten. Und zwar um 50% reduziert. Und das ist die Leatherboard. Das heißt, die könnt ihr individuell selbst gestalten. Ne, ich hole es jetzt nicht raus. Ich habe noch zwei so riesen Kartons da. Ich wollte eigentlich nur ein Kurzvideo machen. Aber ihr könnt eben da selbst euren Text drauf machen. Das ist ein Wärmer. Das heißt, die hat kein Licht, sondern die hat ein Heizelement innen eingebaut. Und die erwärmt lediglich das Wachs. Genau. Die ist jetzt auch noch bestellbar, aber eben wieder zum regulären Katalogpreis. Und dann haben wir hier Snow White. Und den schnuppern wir aber jetzt gemeinsam, weil ich habe den noch nicht gerochen. Ich muss nur kurz mal schauen. Oh Gott. Okay. So, nur kurz, weil ich gerade mit einer Kundin geschrieben habe und da wollte ich mal schnell schauen. Also, kein Tat heißt der Duft. Ich bin sehr gespannt. Das ist wieder... Also, das ist wieder meins. Das ist mein Duft. Der ist super lecker. Ich schaue mal schnell auf die Duftbeschreibung, weil ich möchte euch... Ich möchte das Video nicht groß bearbeiten. Ich will es gleich hochladen. Der ist richtig schön süß. Ich werde Duftgröbchen machen. Das heißt, wer schnuppern möchte, der darf sich bei mir sehr gerne melden. Ach, der ist richtig gut. Richtig gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich den für mich auch nochmal extra mitbestellt habe. Einer gehört der Kundin. Einen brauche ich zum Bröbchen machen, weil den würde ich mir sofort in die Lampe legen. Erfreuen Sie sich an der reinen Schönheit von Maiglöckchen, sanfter Vanille und einem Hauch von saftigen Apfel, während ein Unterton von Sandelholz sie von den Füßen reißt. Der ist mega. Also der kommt definitiv heute sofort noch in mein Club-Abo. Den Club kann ich euch einfach nur empfehlen. Auch den findet ihr auf meiner Website unter Sensi Club. Und da könnt ihr euch solche Düfte sichern. Also das ist jetzt eine Kollektion. Die Schneewittchen-Kollektion, also Snow White. Und den gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Und wenn ihr euch so einen Duft in das Abo reinlegt, dann wird er für euch extra weiter produziert, solange der Vorrat... Nee, nicht solange der Vorrat reicht, solange ihr ihn im Club habt. Solange stellt Sensi für euch diesen Duft weiterhin her. Und ich habe da schon ganz viele Lieblinge gesichert, die es einfach schon ewig nicht mehr gibt. Und ich liebe den Club. Also es ist nicht nur so, dass ihr euch da eure Lieblingsdüfte sichern könnt, sondern ihr habt auch noch Rabatte. Ihr bekommt 10% Rabatt auf einem bestimmten Bestellwert. Ihr bekommt ab 85 Euro einen halben Preis, den ihr euch aussuchen könnt. Zum Beispiel die Wiftbox. Das ist einfach mega. Ihr findet auf YouTube schon viele Videos zum Club von mir. Aber der Duft ist der absolute Hammer. Ich hätte nicht mit sowas Gutem gerechnet. Also wer auf süße Düfte steht, also der ist gar nicht so süß. Der ist auch so süß, fruchtig, sanft und zart. Bestellt euch diesen Duft wirklich. Gibt es auch im 3er oder im 6er Spaßzeit. Mega, mega, mega lecker. Also ich bin wirklich begeistert. Ich muss mir den nachbestellen. Ich muss mir den definitiv nachbestellen. Der ist super gut. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz machen. Das ist sehr leicht. Das kann jetzt sein, dass da nur eine Lampe drin ist. Weil ich von den Donnerstagsangeboten natürlich dann immer mal nochmal eine Nachbestellung bekommen habe. Momentan ist es natürlich am besten, wenn ihr direkt über die Website bestellt. Weil die Sachen dann direkt zu euch nach Hause kommen. Wenn ihr bei meinen Summebestellungen teilnehmt, kommt die Sachen erst zu mir. Dann muss ich die sortieren. Dann muss ich die umpacken. Dann muss ich die weiterschicken. Und das dauert natürlich deutlich länger. Und ich kann euch auch sagen, wenn ihr über meine Website bestellt, bekommt ihr aber trotzdem immer eine kleine Post von mir. Also meine Websitebesteller, die bekommen Happy Mails, dass sie einfach auch einen aktuellen Katalog haben. Oder einfach ein paar Pröbchen, an denen sie schnuppern können, damit sie meine Kontaktdaten haben. Das heißt Visitenkarte und so weiter. Genau, hier war jetzt tatsächlich nur die Glitter Roségold drin. Die war auch in den Donnerstagsangeboten. Wir haben so viele Angebote momentan. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr einfach direkt auf die Website springt und mal durchstöbert. Die ist wunderschön. Also die ist für Weihnachten, für die Weihnachtszeit echt wunderschön. Aber auch das ganze Jahr. Meine Tochter hatte die im Zimmer. Meine Kinder wechseln natürlich immer ein bisschen durch. Also die, wenn bei mir eine neue Lampe sind, dann heißt es Mama, kann ich die haben, kann ich die haben? Ja, dann nehme ich die halt wieder als Testlampe zurück. Dann bekommen sie eine neue. Aber die ist wirklich super schön. Und die ist aus lauter so kleinen Glitzersteinchen. Die wird die quasi richtig von Hand geklebt. Man muss dazu sagen, jede Duftlampe von uns ist handgearbeitet. Jede Duftlampe von uns hat eine lebenslange Garantie auf die Technik. Und ihr habt bei Sensi eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn ihr jetzt über meine Website bestellt und Sensi noch nicht kennt. Und ihr bestellt euch eine Lampe und drei Düfte und die gefallen euch nicht. Dann meldet ihr euch bei mir. Wir haben einen super tollen Support über diese Zufriedenheitsgarantie. Könnt ihr ganz gefahrlos shoppen, weil ihr quasi Düfte tauschen könnt. Ihr könnt sie zurückgeben. Das ist wirklich ganz problemlos. Und ich hatte das bisher in drei Jahren oder in schon bald dreieinhalb Jahren, Sensi, wo ich das jetzt mache, ein, zweimal. Das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Weil wenn die Leute das einmal daheim haben, dann lieben sie es. Entschuldigung. Dann lieben sie es und dann wollen sie es auch nicht mehr missen. Ich sage das immer wieder. Sensi ist nicht nur eine Duftlampe mit Duft, sondern Sensi ist wohlfühlen. Denn Sensi ist zu Hause. Sensi ist so viel mehr. Also ich will nach Hause kommen. Ich gehe erst mal durchs Haus. Ich drücke auf die Schalter, dass die Lampen angehen. Und dann freue ich mich, wenn das Wachs schmilzt. Wenn es anfängt einfach so gut zu duften. Seit dreieinhalb Jahren fast mache ich jetzt Sensi. Und ich freue mich immer noch, wenn wieder eine Woche rum ist und ich einen neuen Wachs einlegen kann. Dann stehe ich erst mal an meinem Schrank und schaue, ach, nach was ist mir heute. Und dann schnuppere ich meine Bars durch und dann freue ich mich so sehr, wenn ich einen neuen Duft wieder in die Lampe legen kann. Deswegen sage ich auch immer, Sensi muss erlebt werden. Man versteht das erst, wenn man die Produkte zu Hause hat. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich habe damals blind als Beraterin angefangen. Ich kannte die Produkte vorher gar nicht. Ich hatte noch nie ein Wachsbar in der Hand. Ich hatte noch nie eine Lampe in der Hand. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, ich bin jetzt schon so lange einfach nur Mama und Hausfrau. Ich möchte gerne irgendwas anderes machen. Und so kam ich zu Sensi. Und jetzt gehört es einfach zu meinem Leben mit dazu. Und ich verquatsche mich gerade schon wieder komplett. Ich wollte eigentlich jetzt den Riesenkarton aufmachen. Aber der passt jetzt hier gar nicht auf meine Bank und der ist auch echt schwer. Vielleicht ist da Hedwig drin. Ich gucke mal schnell. Es dauert jetzt einen Moment. Ich möchte jetzt nämlich nicht, dass der ganze Tisch hier wackelt. Und, Moment, ich kann es euch gleich sagen. Hedwig und noch ein paar andere Sachen. Okay, ich glaube, ich stelle das Video dann doch auch auf YouTube online. Oh mein Gott. Also. Ups. So, für alle, die noch auf Bestellungen warten. Das heißt, Hedwig. Komm, ich nehme mal hinter. Hedwig, unsere Vanille-Kollektion. Und noch einiges mehr sehe ich hier drin. Das heißt, ich werde heute eine Spätschicht einlegen und eure Bestellungen packen. Denn, ich habe es auch eben schon in meiner Instagram-Story erzählt. Wir haben morgen Sensi-Weihnachtsfeier. Ich freue mich so sehr drauf. Da kommen wirklich Berater. Die fahren stundenlang hierher, damit wir einfach einen schönen Nachmittag und Abend zusammen haben. Und deswegen fällt morgen raus zum Bestellungen packen. Der Sonntag auch. Und, ähm, ja. Ich werde heute Abend noch ein bisschen was fertig machen. Dass ihr eure Sachen zeitnah bekommt. Jetzt muss ich schnell was schauen. Denn diese wunderschöne Kollektion war kurzzeitig ausverkauft. Und ich glaube aber, dass sie nochmal reingekommen ist. Ich möchte euch aber jetzt nichts Falsches sagen. Und deswegen schaue ich schnell. Ja, sie ist wieder verfügbar. Für 37 Euro bekommt ihr die komplette Kollektion. Und ich habe, glaube ich, YouTube-Video auch darüber gedreht, wo ich die geschnuppert habe. Kann ich allen empfehlen. Die Vanille dürfte lieben. Ihr habt einen gratis Sendsorgen mit dabei. In der Duftrichtung Candy Cane Butter Cream. Und ihr habt vier super leckere Vanilledüfte. Diese Kollektion ist der absolute Hammer. Ich habe sie mir auch nochmal nachbestellt. Weil die einfach so gut ist. Wenn ihr euch die kauft, seid ihr auch super ausgestattet. Über die Feiertage. Und sie kommt in einer echt schönen, ähm, Geschenkpackung. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der Sensi mag, dann könnt ihr die auch einfach, ähm, verschenken. Und ihr müsst gar nichts machen, was einfach schon so schön verpackt ist. Und wenn euch jetzt da ein Duft besonders gut gefällt, auch hier gilt, nur solange der Vorrat reicht, aber ihr könnt euch die einzelnen Düfte im Club sichern. Und auch dann werden die eben für euch weiterhin produziert. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, was hier noch alles kommt. Und, so, Moment. Ich zeige euch die Sachen gleich. Also, wir haben hier noch einmal die Glitter Rosé Gold Minilampe. Da ist natürlich, wenn ihr die bestellt, auch immer die Base dabei mit Glühbirne. Also, ihr braucht da nichts einzeln mehr. Ihr könnt sofort starten. Und dazu bestellt wurde Pink Sugar Berry Mint. Ähm, das werde ich jetzt schön als Geschenkset verpacken. Das wird nämlich verschenkt. Das heißt, wenn ihr bei mir jetzt was bestellt, über meine Sammelbestellungen, und ihr sagt, ähm, hey, ich möchte das verschenken, derjenige, der kennt Sensi noch nicht, kannst du da was machen? Dann, jetzt bin ich auch so puste, dann kann ich euch die Sachen natürlich schön zusammenrichten. Ich packe euch einen Katalog dazu. Ich packe euch ein paar Bröbchen dazu, dass der Beschenkte dann eben nicht nur einen Duft hat, sondern dass der einfach schon eine kleine Auswahlmöglichkeit mit dabei hat. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, ihr müsst mir einfach nur Bescheid sagen. So, dann haben wir hier nochmal die Glitter Rosé Gold. Das ist jetzt die gleiche. Ja. Muss ich jetzt dann mal in meinem schlauen Buch schauen, wer die alles bestellt hat. Ähm, dann haben wir hier noch einen Autoduft, in der Duftrichtung Blueberry Rush, und Wäscheprodukte, in der Duftrichtung Flasche, Fluffy Fleece, und zwar einmal unser Wäscheduft, und einmal das Waschmittelkonzentrat. Also ihr seht schon, wir haben im Sortiment nicht einfach nur Duftlampen und Duftwachs, sondern wir haben eigentlich mittlerweile alles, was das Herz begehrt, und dass ihr quasi euren Lieblingsduft überall hin mitnehmen könnt, ob das jetzt dann eben im Auto ist, oder im Kleiderschrank mit einem Sandpack, oder mit einem Wachs in der Lampe, oder eben in eurer Wäsche. So, dann habe ich hier einmal das Lebkuchenhaus Candy Christmas. Das findet ihr aktuell reduziert in der Schatztruhe. Es ist wunderschön, es ist ein Traum für alle, die Glitzer lieben. So, und jetzt würde ich sagen, packen wir Hedwig zusammen aus, und dann mache ich auch schon Schluss, denn, ähm, mein Großer kommt jetzt dann auch von der Schule, und wie gesagt, die Kleinen sind daheim, ich bin froh, dass die so lang jetzt ruhig und lieb sind, aber ich möchte einfach gleich die Sachen noch verpacken. Ich habe heute Vormittag schon so viel verpackt, und ich war jetzt froh, ähm, dass ich jetzt quasi gerade auf dem aktuellen Stand bin. Upsa! Und, jetzt möchte ich das auch gleich fertig haben. So, ich habe hier noch dreimal Hedwig im Karton, und einmal zeige ich euch jetzt schnell, die anderen zwei sind für Kunden, und die ist aktuell noch bestellbar. Ich muss sagen, das ist eine Lampe, bei der hatte ich das erste Mal wieder Angst, dass die schnell vergriffen ist, denn die ist total schön. Die hat hinten eine Öffnung, die sieht aus wie ein Mond, und da streike ich quasi, ähm, den Mond an die Wand hinten. Und das finde ich total schön, also auch die Verpackungen finde ich einfach immer toll, gerade von unseren lizenzierten Produkten. Ich habe mir vorhin übrigens sagen lassen, dass Hedwig ein Mann ist. Also, Hedwig ist männlich. Ähm, ich muss mich verteidigen, ich habe tatsächlich alle Harry Potter Staffeln erst letztes Jahr, glaube ich, mit meinen Kindern geguckt, also mit den Großen, und zwar da, wo der auf Netflix war, wo die Filme halt auf Netflix waren, aber ich habe nie darauf geachtet, ob Hedwig eine männliche oder eine weibliche Eule ist. Genau. Jetzt ist es schon sehr still da drüben bei meinen Kindern. Oh mein Gott. Also. Die ist aus Keramik. Blutbirne passt auch, die Blutbirne ist hier in den Kopf eingepackt. Und es ist wirklich so, ich muss das immer wieder sagen, dass unsere Lampen im Katalog, meiner Meinung nach, nicht so schön sind wie real. Das ist ja super, ne? Also andersrum wäre es schlechter. Aber wenn man dann unsere Lampen live in der Hand hat, sind die so mega gearbeitet. Und man muss ja wirklich sagen, das ist alles Handarbeit. Ich werde es euch auch auf dem Video nicht so rüberbringen können, so schön wie die in echt ist. Also wie fein die einfach gearbeitet ist. Und die ist ja hier hinten offen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Duft auch entweichen kann, weil der kommt ja hier hinten rein. Und wenn jetzt der Kopf komplett geschlossen wäre, dann würde natürlich der Duft auch nicht rauskommen. Ich könnte mir die zum Beispiel auch total schön im Kinderzimmer vorstellen, weil sie einfach diesen Mond an die Wand wirft. Das finde ich total schön. Schaut euch das mal an, wie toll das gearbeitet ist mit diesen Büchern hier unten, wo er drauf sitzt. Und hier hinten habt ihr die Öffnung. Also unten kommen die Glühbirne rein. Dann habt ihr hier die Öffnung, diesen Mond. Und der Mond wird an eure Wand projiziert. In groß natürlich. Also richtig schön eben auch als Nachtlicht. Und man muss dazu sagen, ihr müsst auch nicht zwingend Wachs in die Lampe tun. Ihr könnt die auch einfach als Nachtlicht nutzen. Machen meine Kinder auch manchmal. Also die haben Minilampen in den Zimmern. Manchmal haben sie Wachs drin, manchmal nicht. Je nachdem, wie sie es gerade möchten. Und hier oben kommt jetzt eben das Wachs rein. Ist die nicht süß? Also die ist wirklich total schnuffig, oder? Und man merkt halt wirklich wieder, wenn man sie in der Hand hat, wie toll, wie filigran das alles gearbeitet ist, dass es auch wirklich jetzt kein Grusche ist, kein Gschlamp, wie man bei uns sagt, sondern es ist einfach ein hochwertiges Produkt. Genau. So. Ich werde jetzt das Video auch relativ zügig beenden. Ich habe ja zu euch gesagt, ich möchte gleich noch verpacken. Und ich müsste wirklich auch ein bisschen, ein bisschen wenigstens meinen Haushalt machen. Der leidet aktuell extrem, weil ich einfach wieder so aufgehe hier in Sensi und natürlich auch viel zu tun ist momentan. Genau. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, ihr wisst, ihr könnt mich immer kontaktieren. Und ich denke, das war's. Wir hören uns, wir sehen uns. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die jetzt noch dabei sind. Wir sehen uns, wir sehen uns, und ich danke, 'm. Vielen Dank.